Das ist schon dumm, man spawnt mit einem Sniper dann. Ja, das ist ein Schauschütz irgendwann. Irgendwie haben sie keine Ahnung. Man spawnt mit einem Sniper, aber kann ich mit einem Sniper spawnen? Ja, das ist keine Ahnung. Das ist doch so. Das ist schon hilfreich. Das ist schon dumm, man spawnt mit einem Sniper dann. Ja, da haben wir die Munition. Ist ja schon hilfreich gegen Sniper, aber das ist zu einfach. Sniper oben rechts. Sniper oben rechts. Wie sind solche Profis? Die müssen vor die Bitch kommen. Die haben die Zunge. Das machen sie jetzt viel öfter als das ist normal. Selbstmord. Los links. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich bin mir nicht verweckt. Böse Seite. Der ist schießendet. Das ist so unfair, ich weiß nicht, ob ich das leider fahre. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, was ich nicht mehr für mich. Vielen Dank. Ich habe sie lange geworfen. Oh, ich bin hier zufrieden. Oh mein Gott. Ja, vielleicht müssen wir ihn killen, bevor es schließt, dann findet man sowas. So, hier müssen wir ihn finden, weil ich schon irgendwo mal so Terminals... Whatever. Scheiße. Ich fahr auf euren Kopf zu wegen. Ich hab alles was getötet. Ich hab jetzt bessere Waffe. Hier. Mal schauen. Gibt es irgendwo Terminals? Ne, leider. Es gibt nichts. Ich glaube, hier zählt eine Schauschütze in der 10.9. Was ist das? Cortana. Cortana. Jetzt wird's spannend. Geht's am Weg. Jetzt wird's spannend. Mit einer Stiper würde ich ungern. Ja, ich sterbe. Die geht aber auch mal links. Schauen wir mal, ja. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich wurde reingekommen. Ich bin der Fallen. Ich bin der Fallen. Ich bin der Fallen. Ich bin der Librarian. Meine Erinnerung werden, um die Menschheit zu helfen. Ich bin der Fallen. Ich bin der Fallen. Ich bin der Fallen. Ich bin der Fallen. Er ist das. Er ist das. Er ist das. Er ist das. Er wird ihn endlich verletzt. Der größte Schmerzen von den Forerunners. You. Mankind sped into the stars with an unexpected, desperate violence. Entire systems fell. Before the Diodact's warrior servants rose to halt the aggression. When the Diodact finally exhausted the humans after a millennia, his sentence was severe. We had no way of knowing that the Forerunners were not your only enemy. Humanity hadn't been expanded. They were running. Weakened from our conflict, they were no match for the parasite which pursued you. The Forerunners made plans for the final great journey. The Diodact refused to yield our mantle of responsibility. He would save all life in the galaxy. At a cost. In the Forerunners' quest for transcendence, the Composer had been intended to bridge the organic and digital realms. that would have made us immortal. But its results soured. Restored personalities fragmented. And our attempts to return them to biological estates created only abominations. Such moral concerns faded from the Diodact's attention. The Flood only assimilated living tissue. The Composer would provide the Diodact his solution and his revenge. The Prometheans. The Prometheans. Your human. They were only the beginning. I would have encrypted your entire race if we had not removed the Composer from his care and imprisoned him here. The Prometheans. The Prometheans. The Prometheans. And that's been what we wanted. Uh huh. Oh. The Prometheans. Your physical evolution, your combat skin, even your Ancilla Cortana. You are the culmination of a thousand lifetimes of planning. Planning for what? He has found us. Even in death, her meta continues. Reclaimer, the Genesong I placed within you contains many gifts, including an immunity to the Composer, but it must be unlocked. Now, relinquish your contact, Essence. Your evolutionary journey must be accelerated. Can I defeat the Didath without it? No. Then do it. Prepare. You are the first one. Okay. Well, let's do it. Max. Ja. Er wird wie du Skyrim. Ja. Du hast die Fähigkeit nicht anzüllen. Ja. Ja. Du hast die Fähigkeit nicht anzüllen. Gell? Du hast die Fähigkeit nicht anzüllen. Ja. In Helo 5 und 6 lernt man dann die Schubkräfte, Blitz und Geisteskontrolle. Da ist dann so eine Höhe. Genau. Wir sind schon ein, da ist ein bisschen mehr Regenteil der Scheiße. Boah, Scheiße. Ich dachte, ich würde jetzt Mega-Kräfte oder so, aber ich muss sie erst noch lernen. Warte, wir müssen zurück, das Ding hat mir gefehlt. Nichts tun aus hier. Ja. Das war Cortana, dann Cortana zurückkehren. Das war doch der Plan. Cortana zurückkehren und nie wieder zurückkehren. Nein, die Tür ist wieder zu. Sie ist Terminal. Was ist das? Wo, 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 wo. Komm, wir haben was gefunden. Wir haben Terminal, die haben... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben so wenige gefunden. Was habt ihr gemacht? Was war da? Was stand drauf? Baypoints, Haley Waypoints und das war eigentlich nichts. Okay, sehr gut. Wir müssen runter oder? Ja, wir müssen runter. Okay. Ich hab's nur... Oh Leute. Ich bin der Vorfälle gestoppt vom Aufrei. Vorm Aufrei, also okay. Ich bin zu alt beschleunigt. Das ist sehr gut. Alter, voll krass. Ist das eine Videosequenz? Ja, wir öffnen einen Headwaypoint. Ich dachte, ich bin mitten im Krieg. Oh, das ist nicht so. Ich habe keine Pause. Das haben sie gut gemacht. Hier ist non stop action, weißt. Die haben keine Pause. Gut, die haben jetzt so... Ja, die haben gerade nur ein Weggeblatt. Die haben... Ich leg. Die werden fählen wir jetzt auch nicht. Ja, wir haben vergessen, wie wir hergekommen sind. Okay, ich verdiehe alles. Alles.